Deal. Jack Nasher. Du gibst mir, was ich will. Strategien und Kniffe für deine kommenden Verhandlungen. Egal, ob es um bedeutende geschäftliche Abschlüsse, die Verhandlung deines Jahresgehalts oder die Planung deiner nächsten großen Investition geht, oft fühlen wir uns machtlos und überrumpelt, wenn wir es mit einem scheinbar überlegenen Verhandlungspartner zu tun haben. Doch was wäre, wenn dieses Gefühl der Unterlegenheit nur trügerisch wäre? Was, wenn du in der Lage wärst, die Kontrolle zu behalten, selbst wenn alles gegen dich spricht? Wir zeigen dir anhand praktischer Beispiele und bewährte Tipps, dass dies durchaus möglich ist. Lerne, wie du Verhandlungsstärke aufbaust und die gewünschten Ergebnisse erzielst. Diese Prinzipien sind nicht nur im Wirtschaftsbereich anwendbar, sondern lassen sich auf verschiedene Lebenssituationen übertragen, sei es, dass du um große Summen verhandelst oder einfach nur die Aufmerksamkeit deiner Kinder gewinnen möchtest. Du wirst feststellen, dass der Schlüssel oft darin liegt, nicht gegen, sondern mit deinem Verhandlungspartner zu agieren. Bist du bereit, deine Fähigkeiten im Verhandeln auf ein höheres Niveau zu bringen? Dann lass uns loslegen. Macht lässt sich durch gezielte Methoden aufbauen. James Stockdale schien machtlos. Aber war er es wirklich? Als US-Offizier geriet er während des Vietnamkrieges in Gefangenschaft und sollte für den Vietcong in einem Propagandafilm auftreten. Doch er hatte eine Idee, wie er dieser aussichtslosen Situation entkommen konnte, er schlug sich so lange mit einem Hocker ins Gesicht, bis es für Propagandazwecke unbrauchbar war. Der Film wurde daraufhin nie gedreht. Das mag ein extremes Beispiel sein, aber es zeigt deutlich, das Gefühl der Machtlosigkeit ist oft trügerisch. Du hast mehr Macht, als du denkst, selbst wenn du dich unterlegen fühlst. Das gilt insbesondere im Geschäftsleben. Vielleicht hast du selbst schon erlebt, wie dein Verhandlungspartner versucht hat, dich zu verunsichern. Vielleicht hat er ständig auf die Uhr geschaut oder dich auf einen niedrigen Stuhl gesetzt. Lass dich von solchen Taktiken nicht einschüchtern. Sobald du die Machtspielchen durchschaust, kannst du die Situation zum eigenen Vorteil wenden. Hier sind drei Methoden, um deine Machtposition zu stärken. Methode 1 – Knappheit Indem du den Eindruck von Begrenztheit erzeugst, steigerst du die Attraktivität deines Angebots. Stell dir vor, du möchtest eine Immobilieninvestition anpreisen. Wenn du einem potenziellen Investor mitteilst, dass nur noch ein Anteil für 5000 Euro verfügbar ist und bereits 19 andere Anleger investiert haben, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sein Interesse steigt und er potenzielle Risiken ausblendet. Methode 2 – Zeitdruck Zeige nicht deine eigene Eile, aber versuche, den Zeitdruck der anderen Seite zu erkennen. Fristen können ein wirkungsvolles Instrument sein. Zum Beispiel könntest du bei Verhandlungen für eine Immobilienfinanzierung darauf hinweisen, dass dein günstiges Zinsangebot nur bis Ende der Woche gilt, da sich danach die Konditionen ändern könnten. Das erzeugt Druck und stärkt deine Verhandlungsposition. Methode 3 – Die letzte Entscheidungsinstanz Lass deine Verhandlungspartner wissen, dass du nicht die finale Entscheidungsgewalt besitzt, sondern dass eine höhere Instanz über dir, wie der Vorstand oder die Rechtsabteilung, entscheidet. Da diese Instanz nicht direkt zugänglich ist, kann dein Verhandlungspartner sie nicht mit Scham beeinflussen. Stattdessen muss er ein Angebot auf Basis von Fakten präsentieren. So positionierst du dich eher als Berater und reduzierst deine Verletzlichkeit. Und schließlich ein altbewährter Tipp, setze dir hohe, aber realistische Ziele für bessere Verhandlungsergebnisse. Psychologen wie Sidney Siegel und Lawrence Foraker haben in einem Experiment, in dem die Teilnehmer miteinander um Profite verhandelten, gezeigt, dass höhere Mindestziele tatsächlich zu höheren Gewinnen führen. Fokussiere dich also in einer Verhandlung auf das optimale Ergebnis, nicht auf das Minimum. Wenn du beispielsweise deine alte CD-Sammlung für mindestens 50 Euro verkaufen möchtest, setze dein Ziel auf 80 Euro. Auf diese Weise erzielst du letztendlich den bestmöglichen Preis. Erfolgreiche Verhandlungen basieren auf dem Aufbau von Vertrauen und guten Beziehungen. Willst du in Verhandlungen erfolgreich sein? Dann vergiss die Hollywood-Vorstellungen von knochentruckenen und knallharten Verhandlern. Der Schlüssel zum Erfolg ist die Beziehung zum Gegenüber. Ob beim Autokauf oder im Büro, Menschen sind großzügiger und lassen sich leichter überzeugen, wenn eine gute Beziehung besteht. Also, wie stellst du sie hier? Das Schlüsselwort lautet Vertrauen. Und das baust du am besten auf, wenn du Gemeinsamkeiten mit deinem Gegenüber betonst. Die müssen nicht tiefgründig sein, schon der Austausch über Geburtstage oder die Schulen der Kinder kann Wunder wirken. Anstatt sich auf Unterschiede zu konzentrieren, suchst du nach dem einen Prozent Gemeinsamkeit, selbst wenn 99 Prozent Uneinigkeit herrschen. Natürlich geht es in Verhandlungen manchmal trotzdem hin und her. Wie gehst du mit hochkochenden Emotionen um? Wenn du in einer Verhandlung angegriffen wirst, ist es verlockend, einfach zurückzuschlagen. Aber das kann die Beziehung irreparabel beschädigen. Versuche stattdessen, die Energie deines Gegenübers umzuleiten und dich auf das eigentliche Problem zu konzentrieren. Ein Beispiel, der Modedesigner Paul Smith entwaffnet hitzige Verhandlungen gern mit einem Gummihuhn, das er aus seiner Tasche zieht, alle müssen dann lachen, wodurch sich die Spannung löst und man zurück zur Sache kommen kann. Das heißt aber nicht, dass du die Emotionen deiner Verhandlungspartnerinnen und Partner ignorieren solltest. Bringe ihnen Verständnis entgegen, ohne dabei gleich deine Position aufzugeben. Verspätet sich eine Lieferung an dich, kannst du zum Beispiel ehrliches Bedauern über den Stress deines Lieferanten äußern, ohne jedoch die Verspätung zu akzeptieren. Dein Einfühlungsvermögen ermöglicht es dir, auf deinen Forderungen zu bestehen und gleichzeitig die Geschäftsbeziehung intakt zu halten. Apropos Einfühlungsvermögen, erfolgreiche Verhandlerinnen wissen, zuhören ist Gold wert. Anstatt jedes Wort des Gegenübers sofort zu kritisieren, schafft aktives Zuhören Raum für echtes Verständnis. Das bedeutet nicht nur, den anderen ausreden zu lassen, sondern auch, aufmerksam zu sein und nachzufragen. Stell dir vor, du verhandelst mit einem Geschäftspartner über eine Warenlieferung. Dein Angebot umfasst an sich auch die Lieferkosten, aber du bist aufmerksam und hörst zwischen den Zeilen heraus, dass der Partner die Lieferkosten üblicherweise selbst übernimmt. Dann kannst du diesen Posten aus deinem Angebot streichen und unerwartet Kosten sparen. Dieser Ansatz eröffnet dir also wertvolle Informationen, um deine Interessen durchzusetzen. Damit sind wir auch schon bei unserem nächsten Punkt, den unterschiedlichen Interessen in einer Verhandlung. Wie gehst du mit ihnen um? Schaffe Win-Win-Situationen, indem du die wahren Interessen aller Beteiligten erkennst. Der optimale Deal ist die Win-Win-Situation. Dagegen sind Kompromisse in Wirklichkeit oft lose-lose Situationen, weil jeder nur ein Stück von dem bekommt, was er eigentlich will. Hier kommt dafür ein simples Beispiel. Zwei Schwestern streiten sich um eine Orange. Der klassische Kompromiss wäre, die Orange in zwei Hälften zu teilen. Allerdings will die eine Schwester den Saft der Orange für ein Getränk nutzen, während die andere die Schale für ein Kuchenrezept benötigt. Win-Win wäre deshalb, die Orange exakt nach den Bedürfnissen der Schwestern aufzuteilen und nicht einfach Hälfte Hälfte zu machen. Um solche Win-Win-Situationen zu erkennen, musst du natürlich auch die wahren Interessen deines Verhandlungspartners herausfinden. Hier kommt ein weiteres Beispiel. Du willst ein Unternehmen aufkaufen, aber dessen Gründerin verlangt einen sehr hohen Preis. Statt dich auf den Preis zu fixieren, entdeckst du durch Gespräche, dass der Verkäuferin vor allem die Fortführung ihres Lebenswerks wichtig ist. Also bietest du an, den Firmennamen beizubehalten und ihre Enkelin als Trainee einzustellen. Dadurch fühlt sich die Gründerin wertgeschätzt und bietet dir einen niedrigeren Preis an. Win-Win Um herauszufinden, was deine Verhandlungspartnerin wirklich will, kannst du mit unterschiedlich gestalteten Angeboten arbeiten. Das eine kann zum Beispiel einen höheren Preis und einen späteren Abschluss haben, während das andere günstiger, dafür aber sofort einlösbar ist. Damit kannst du erkennen, was deinem Gegenüber wirklich wichtig ist, Zeit oder Geld. Versuche, Angebotspakete an deine Geschäftspartner anzupassen und individuell zu gestalten, um ihre wahren Bedürfnisse kennenzulernen. Aber was, wenn zwei Verhandlungspartnerinnen tatsächlich die gleichen Bedürfnisse haben? Müssen sie dann nicht doch Kompromisse machen? Bevor es zu faulen Kompromissen kommt und jeder nur ein paar Krümel vom Kuchen bekommt, solltet ihr versuchen, den Kuchen zu vergrößern. Versucht, den Gesamtwert für alle Beteiligten zu steigern, anstatt um begrenzte Ressourcen zu konkurrieren. Das Prinzip dabei lautet, was kann ich dir geben, was für dich wertvoll ist und mich wenig kostet, und umgekehrt. Ein prominentes Beispiel stammt aus den Anfängen des Internets. Der Internetanbieter AOL verhandelte mit Netscape, das damals den Browsermarkt dominierte. Netscape forderte hohe Lizenzkosten von AOL, und AOL wollte diesen Preis nicht zahlen. Da kam Microsoft ins Spiel, dessen Internet Explorer damals technisch unterlegen war. Trotzdem entschied sich AOL für Microsoft, und zwar nicht nur wegen der geringeren Gebühren. Bill Gates bot an, das AOL-Icon permanent auf der Microsoft-Network-Seite zu zeigen. Dadurch konnte AOL eine riesige Menge neuer Kunden generieren und den eigenen Unternehmenswert ungemein steigern. Und Microsoft wiederum profitierte von dem Deal, weil immer mehr Leute den Internet Explorer nutzten. Und Netscape? TIA, deren Anwendung wurde vom Internet Explorer verdrängt. Das Unternehmen verschwand nach und nach in der Versenkung. So, und falls dir das alles zu harmonisch klingt, kommen jetzt ein paar Tricks, die dir beim Blöffen helfen. Mit einem guten Ankerwurf gibst du die Richtung für die Verhandlung vor. Ahoi! Anker werfen! Hey? Doch doch, du hast ganz richtig gehört. Das sogenannte Ankerring ist eine wunderbare Verhandlungstaktik. Dahinter verbirgt sich folgende Idee, wer zuerst ein Angebot macht, setzt den Anker und lenkt damit die Erwartungen. Nutze den Anker bewusst und kombiniere ihn mit einem Kontrast, um deinem Gegenüber ein vermeintlich besseres Angebot zu präsentieren. Beispiel, du willst ein Auto für 16.000 Euro kaufen. Dann schicke zuerst Freunde vor, die alle weniger als 15.000 Euro bieten. Wenn du dann mit 16.000 Euro ankommst, wirkst du wie der Retter in der Not. Der Anker ist auch entscheidend, um die goldene Mitte zu deinen Gunsten zu verschieben. Wenn du zuerst ein extrem hohes oder niedriges Angebot machst, verschiebt sich die Mitte in deine Richtung. Aber Vorsicht, gehe nicht sofort auf Gegenangebote ein. Wenn dir etwa jemand 25.000 Euro für dein Auto bietet und du 30.000 Euro möchtest, lass ihn den Vorschlag machen, sich in der Mitte zu treffen. In dem Moment nämlich, wo er 27.500 Euro sagt, gewinnst du die Oberhand. Statt dann gleich zuzuschlagen, kannst du so etwas sagen wie, das klingt schon viel besser. Ich muss das allerdings noch mit meiner Familie besprechen. Schwupps sind 27.500 Euro nicht mehr die Mitte, sondern nur noch ein sehr niedriges Angebot, das du weiter verhandeln kannst. Eine andere gute Verhandlungstaktik basiert auf dem Gegenseitigkeitsprinzip. Du gibst vor, dass dir etwas Unwichtiges sehr wichtig ist. Wenn es dir zum Beispiel leicht fällt, schnell zu liefern, dann stelle das als großes Zugeständnis dar. Das kannst du dann wunderbar für deine Forderungen ins Feld führen. Nach dem Motto, dafür erwarte ich aber auch einen Gefallen. Achte aber darauf, deinem Gegenüber stets ein Gefühl von Fairness zu vermitteln. Wird das nämlich verletzt, neigen wir Menschen dazu, völlig irrational zu handeln. Und das erschwert deine Verhandlungen natürlich enorm. Und damit wären wir beim Framing, auf Deutsch, der Rahmung angelangt, das maßgeblich dazu beiträgt, dass Deals gelingen. Das gilt vor allem dann, wenn eine Verhandlung ins Stockengerät. Denn durch gezielte Kommunikation kannst du den Kontext ändern und so die Debatte zu deinen Gunsten lenken. Zum Beispiel, wenn du in einem Laden ein technisches Gerät umtauschen willst und als lästiger Kunde wahrgenommen wirst. Ändere das Framing, indem du etwa erklärst, dass du ein Stammkunde bist und noch nie Probleme mit Produkten aus dem Laden hattest. Das beeinflusst, wie du wahrgenommen wirst und führt in aller Regel zu einem für dich besseren Ergebnis. Vermeide Overcommitment und hab keine Angst vor Nachverhandlungen und Mediatoren. UMTS oder 3G löste im Jahr 2000 einen riesigen Hype aus. Und zwar bei der Versteigerung der Lizenzen für die damals neue Mobilfunkgeneration. Die Anbieter Mobilcom und Group 3G-QAM verbissen sich so sehr in das Wettbieten um den Zuschlag, dass die Summen, die sie am Ende zahlten, sie in den Ruin trieben. Was zeigt uns das? In der Wirtschaft können scheinbar attraktive Projekte oder Auktionen zur Falle werden, wenn du dich emotional oder zeitlich zu stark involvierst. Das Phänomen heißt Eskalation des Engagements und lässt dich schlechte Entscheidungen treffen. Dabei gilt, je mehr du in eine Verhandlung investierst, desto mehr neigst du dazu, Kompromisse zu machen, die sich im Nachhinein als ungünstig erweisen. Mach also regelmäßig einen Realitätscheck, um nicht Opfer deiner eigenen Investitionen zu werden. Und was, wenn du einen Deal abgeschlossen hast und im Nachhinein erkennst, dass du im Vertrag noch etwas ändern willst? Dann hilft nur nachverhandeln. Tatsächlich sind Verträge in der Geschäftswelt flexibler, als du vielleicht denkst. Besonders, wenn neue Erkenntnisse oder Herausforderungen auftauchen, können unterschriebene Verträge noch geändert werden. Ein praktisches Beispiel. Du hast vergessen, ein Zahlungsziel in den Vertrag einzufügen und wartest nur nervös auf jede Zahlung. Wenn dein Geschäftspartner ohnehin pünktlich zahlt, könnte eine kleine Anpassung für beide Seiten von Vorteil sein. Andersrum hat vielleicht auch deine Vertragspartnerin noch einen Wunsch nach Änderungen. Dann blocke diesen nicht sofort ab. Nutze die Gelegenheit stattdessen, um auch deinerseits eventuelle neue Interessen einzubringen. Diese Offenheit und Flexibilität gegenüber Nachverhandlungen ist übrigens auch eine Voraussetzung dafür, dass die Partnerschaft für beide Seiten attraktiv und zukunftssicher bleibt. Und wenn es trotzdem mal kracht? Dann schaltet ihr am besten einen Mediator ein. Ein Mediator unterstützt die beteiligten Parteien bei der Suche nach einer gemeinsamen Lösung. Dieser Ansatz wird oft als assistierte Verhandlung bezeichnet. Mediation ist inzwischen eine gern gewählte Alternative zu gerichtlichen Auseinandersetzungen und oft nicht nur deutlich günstiger als ein Schiedsverfahren, sondern auch effektiver. Mediatoren unterscheiden sich dabei von gewöhnlichen Verhandlern vor allem dadurch, dass sie eine gute Beziehung zu allen beteiligten Parteien aufbauen können. Und damit schließt sich der Kreis unseres Coachings, denn wir sind wieder beim Kern von erfolgreichen Verhandlungen angelangt. Je besser die Beziehung zum Verhandlungspartner, desto erfolgreicher die Verhandlung. Fazit Wenn du erfolgreicher verhandeln willst, denk immer dran, dass Macht eine Frage der Wahrnehmung ist. Nutze Taktiken wie Knappheit, Zeitdruck oder das richtige Framing, um deine Machtposition zu verbessern. Versuche außerdem, deine Verhandlung inhaltlich zu lenken, indem du zum Beispiel den Anker wirfst und die goldene Mitte in deine Richtung verschiebst. Vernachlässige bei Alledem aber die menschliche Seite nicht. Höre zu, baue gute Beziehung auf und strebe nach Win-Win-Situationen, statt nach faulen Kompromissen. Denn gemeinsam erreicht ihr auf jeden Fall mehr als allein. Und jetzt bist du dran, verhandele klug und sei erfolgreich.